hallo und herzlich willkommen jetzt mal wieder in etwas vollerer besetzung denn der michel ist zurück und wir machen uns erst mal wieder auf sein schiff einweilen zu können denn wir müssen den witter jagen weiterhin moment 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 habe ich etwas verpasst? nein schmarrn wir haben nur ausgelost das haben die umfragen ergeben wir haben ausgelost dass wir das auf deinem schiff beschwören genau aha das mit der sprengfalle vorhin meinte ich übrigens ernst aber die wollte auch nicht bei meinem haus suchen ja ja der michel meint der hat irgendwo eine sprengfalle gebaut aber es gibt nichts was der wither nicht entfernen kann day wo war mal diese festung wo wir die wither gefunden hatten die skelette warum brennt hier eigentlich alles warum wir denn in der hölle? ja aber das hat doch davor hier nicht alles gebrannt naja wenn da einmal so ein komisches rumgeflogen ist dann brennt halt alles so noch mehr TNT ausgezeichnet ohja die gute schaufel mit glück wie ich sie doch mag ja die ist wichtig ja ne so eine schaufel mit glück wo bist du denn Fabi? ja ich bin hier oben drauf hier guck mal hinter dir ach klack oh jetzt könnte es sein dass es gleich etwas lauter wird denn die hunde kommen gerade wieder in die wohnung rein von alleine denn ihr müsst wissen sie sind gassi gegangen ja sie gehen nicht in die gassi genau wir können sie auch bier holen schicken und sowas oh Gott sie kommen oh nein sie greifen mich an ok das wars schon die pinkeln mir in die augen oh falsches spiel in welchem spiel? ja naja nicht spiel aber south park, imagination world kennst du? kennst du? ja ja ich kenn es aber day ist nämlich jetzt richtig keine ahnung nie im leben war irgendwo hier war das richtig ah die richtung stimmt bist du nie im leben ja doch doch wir müssen uns hier nur durchgraben wir mussten uns vorhin nicht durchgraben aber letztes mal nicht durchgraben ne aber das war auch von einem anderen punkt aus gestartet ach so das war direkt da gegangen ah ja irgendwann wenn wir uns hier durchgraben müsste es rein theoretisch das vorhanden wie kommst du da raus wenn du die wand graben da rauskommst hast du die koordinaten aufgeschrieben oder was? nö und warum wie kommst du dann darauf dass wir da richtig sind hier? selbsteinschätzung? es ist weibliche intuition fabi selbst überschätzung wenn dann ist ne abkürzung hier bei dem anderen wärm ja schon längst da gewesen wie kann das ne abkürzung sein du weißt doch abkürzung sind immer die längsten wege eb oh 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 der day hat lava gefunden ja da da das blöde ist ich glaub wenn ihr da unten in der hölle sterbt kann ich das hier oben gar nicht lesen und mitlachen das ist echt kacke ja fabi wurde ja aufgestachelt der soll mich in lava schubsen ne du das machst schon von alleine anscheinend so siehst du jetzt sind wir doch hier bestimmt auf dem richtigen Weg nö ich hab ja nur gegraben da kam lava ich hab's ja zugebaut und hier im leben sind wir hier richtig ach doch das ist ja viel weiter weg als das andere jemals war so möglich was ist denn da unten ich brauche jetzt oh gott dieser villager erschreckt mich immer wieder du meinst der thaddeus ja der der jetzt in meinem haus ist oder in meinem ursprünglichen haus das ich jetzt umbaue damit dort villager leben können und ich mich wiederum in das haus was ich ursprünglich für ein village gebaut habe einsiege ein herz für villager wer zur hölle hat eigentlich ja das ist doch irgendwie ach oh gott der hier ist ein riesiger lavasee also wir sind hier auf jeden fall falsch ja ja wirklich und jetzt hab ich dich auch noch verloren nein war mein ziel dich im nether einfach mal zurückzulassen weil du mich in eine lava hauen wolltest ach gott minimal also hier kannst du nicht gewesen sein weil hier ist überall noch ähm ah meine hunde drehen durch ja das hört sich wirklich so an als ob die gerade den ventilator machen würden Moment die mach ich nicht den ventilator aber so tue zu jetzt hat kadi das problem ja ok wir sind hier ganz bestimmt in der nähe ich weiß erstmal weiß ich gerade nicht mehr wo du bist also entweder bist du in der nähe hier ist ne menge lava aber der schwierigkeitsgrad ist immer auch der gleiche habt ihr so gelassen ja normal ja ja weil mir bisher noch kein mit rüstung äh hier equiptes skelett entgegen gelaufen ist toll jetzt wollten wir hier in der folge weiter nach nach Wither Skeletten suchen oh jetzt müssen wir einfach zu uns finden oh man ich hab keine ahnung ich auch nicht das ist nichts neues oh fuck wo bin ich Fabi verirrt was tun ich bin an einem riesigen Lavasee rausgekommen und jetzt wie hast du es denn geschafft dich da so zu verirren mit mit her gelaufen oh man schwerer Fehler hier hängt tief close down aber ähm hat Fabi eigentlich schon mal irgendwann unser Sandabbaugebiet gefilmt ich glaube nicht weiß ich gar nicht das wäre echt mal ein Anblick wert ich bin da gerade eben und naja viel wüst ist da nicht mehr irgendwie okay hm riesiger äh Soulstand Geschichte hm hier war ich eindeutig noch nicht äh wo ich hier bin war ich auch noch nicht la 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 ja ah überall Zombies kommen die überall her zu Glück hab ich genug Essen dabei ja ich ich auch aber weiß irgendjemand die Koordinaten von natürlich weiß ich die sagst du sie mir die sind auf meinem Handy gespeichert ich muss mal kurz nach Koordinaten laufen oh Guests oh drei Guests drei? ja ich geh über einen ich geh über den Schlagge weg Day sagt mir deine Koordinaten meine ja äh irgendwelche nicht irgendwelche also ich bin bei 340 250 was hast du was nochmal äh bei ungefähr 320 44 275 320 muss ich in diese Richtung dann bin ich 100 Blöcke auf der in die Falte dort daneben aber ich weiß auch nicht äh wo ich bin also ich weiß dass es nicht ganz so weit vom Messer Portal weg ist ach da bist du hey hey so fanden sich die zwei Liebenden am Ende doch ach wie schönes Ende aber wir wollten zur Festung die ganze Zeit ja ich hab mich leicht verfranst leicht? du bist in einem anderen Bundesstaat gelandet so hast du dich verfranst ja ich hör doch schon wieder irgendeinen Zombie Schweine Zombies überall hier ja aber die greifen nicht mehr ne nicht den Zombies ja vielleicht ist das ein anderer Stamm oder so ein anderer Stamm so der Stamm der Mohawk Schweine Zombies warum laufe ich ja nicht dem Day hinterher ich glaube das war nicht so clever alles safe alles safe ja das ist ja schön ob es safe ist oder nicht aber ich hab das Gefühl ich war ja noch nie ne ich auch nicht warum laufst du dann da lang auf der Suche nach einem neuen Weidegrund hm oh ah ha neue Weidegründe Festungen sind im Regelfall so groß wenn man die irgendwann sieht ja im Regelfall schon diese Logik ist mein Inventar voll mit Sand gut so dann laufe ich dem Day mal weiter hinterher sonst bin ich immer noch sonst bin ich alleine lost gut du 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 schon eine Frage Sie sind mit dem Abstieg mit dir united project nach ihr Mandatsch Ich glaube, unser Teamspeak ist gerade eben abgekackt, deswegen natürlich passend in der Aufnahme. Ich mache hier einen kurzen Cut und versuche das gleich mal wieder zu fixen. Bösgleich. Und damit willkommen zurück. Keine Ahnung warum. Oh, Day, wo bist du denn hin? Warum hast du hier eigentlich eine Mauer reingebaut? Gar nicht. Warum liegt der Straufenwohnen? Day! Wo? Okay. Was hat er gemacht, was hat er gemacht? Keine Ahnung, ich habe kurz die Aufnahme neu gestartet und dann ist er weg gewesen. Und irgendwie hat er alles zugebaut. Er vertuscht seine Spuren. Ich verstecke mich nur für gewiss, schön wie man um seinen rum immer den Namensbalken sieht. Alter, wo bist du hin? Du musst ihn finden. Fabi, ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Na toll, es ist auch noch meine Spitzhacke abgebrochen. Echt? Ist keine Spitzhacke mehr dabei? Nein. Ist meine Namensplakette? Ich sehe sie, ja. Aber ich komme da jetzt halt ewig lange nicht mehr hin, weil ich habe halt keine Spitzhacke mehr. Es ist halt so dunkel hier in der Hölle. Du musst ihn retten. Es ist dunkel. Also dunkel finde ich hier eigentlich nicht. Also ich spreche dir aber jetzt gerade nicht von der christlichen Hölle. Alter, warum bist du denn unter mir? Warte mal kurz. Unter die? Ja. Hallo. Oh Mann. Ich habe mich einfach nur neben dich gestellt, habe mich eingebaut und habe mich geduckt. Ach, dann ist man unsichtbar. Dann sieht man die Namensplakette nicht. Oh Mann. Gut gemacht, ey. Gut gemacht. Ach, Seelensand, mein Freund. Kann man immer gebrauchen. Wir sind hier am Arsch der Welt, ey. Das ist die Hölle. Am Arsch der Hölle, ja. Wir wurden eigentlich nur zur Festung, um mit der Schädel zu sammeln und jetzt sind wir hier schon seit Jahren quasi. In Minecraft-Jahren gerechnet, wohl bemerkt. Oh. Hätte ich es abgestürzt. Ja, aber ich habe ja ein sicheres Fein. Ach, was hast du denn nicht? Ich kriege keine Neustube mit dem Zeug drauf. Ach, meine Schuhe sind jetzt doch gerade kaputt gegangen. Okay. Lava. Lava, Lava, Lava. So, ich habe jetzt Sand. Ich habe hier quasi unerschöpfliche Soul Sand. Ja, ja, ich sehe schon. Ganz viel Sand. Ey, da hätten es wieder einen Dark Oak gewachsen. Mein Eventar ist voll. Au. Und das gelächterten Bogen verzauerten, da war ja cool. Ah, da hätte ich nach Hause. Das ist bestimmt ganz in der Nähe. Ja, wie vor fünf Minuten oder vor zehn. Ja, ja, das wird schon. Wir laufen seit zehn Minuten in irgendeine Richtung und du meinst, wir sind in der Nähe. Ja, Moment. Hast du gerade über mir einen Block gesetzt? Ne, ich habe mich gerade hier nach oben gebaut. Ah. Moment, ich suche gerade mal die Koordinaten auf unserem Portal. Wir werden mal ultra weit weg sein. Ne, ne, das geht eigentlich. Wer macht denn hier anderen Sound so? 103, 161, 18. 103, 161, 18. Beverly Hills. 103, 161, 18. Ja, auf der Z-Koordinate sind wir ungefähr 500 Blöcke weit weg, aber... Ach. Toll. So, ich muss mal lang. Wir müssen da, über den Lavasee. Oh, toll. Den Umrunden war doch ganz geschickt. Zu weit, zu tief. Da, ich baue mir mal einen Block dahin. Ich habe nicht so ein sicheres Fallen wie du. Habe ich auch nicht. Danke. Der hat doch seine Schuhe verloren. Ich laufe ohne Schuhe in der Hölle rum. Oh nein. Heiße Sohle quasi. Oh, sind da viele Zombie, Pigmen. Hau mal eins an. Ganz sicherlich nicht. Dann müssen wir die Treppe abreißen. Haben wir da nicht mal diesen Weg da oben gebaut? Siehst du das? Das ist unsere Bahn. Ah. Unsere nie vollendete Bahn. Wohlmerkt. Äh, der Weg. Der Grundgedanke einer Bahn. Na, Bah. Dann können wir uns doch da nach oben eigentlich bauen. Verdammt. So. Hier geht der Weg. Dann kann man also hier einfach nach oben hauen, oder? Komm mal auf die Strecke. Wo läufst du hin? Ich seh mich hier, hier ist ne Lücke. Ich seh mal, ob das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. Ob ich dann auf unsere Strecke rauskomme. Yay, ich bin da. Und die Frage, in welche Richtung... Ja, wo, wo, lang, wo? Wir sind... Von... Ist das überhaupt diese Strecke? Das ist gar nicht unsere Strecke, oder? Ach doch. Aber wenn das nicht unsere Strecke ist, dann hat sich jemand anders ausgeleuchtet. Ne, ist unsere Strecke. Wo bist du denn? Ähm... Ich lauf diese Strecke entlang, ja. Welche Richtung denn? Also ich bin... Du musst über die Lava rüber. Über die Lava muss ich rüber? Ja. Okay, dann bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Was ich schon immer gucken wollte. Hier ist so ein kleines Gebäude. Da muss man mal reingucken. Achso, das ist ein Gas-Bunker bestimmt. Ein Gas-Bunker... Achso, das... Ach, da seid ihr! Okay. Das ist kein Gas-Bunker, das ist ein AFK-Bunker. Ah. Aha. Ah. Ich habe mein Dach nie zu Ende gebaut, tatsächlich, hm, interstink. Über die Lava, oi 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 oi. Ich weiß ja auch gleich, wo ich festgehe. Tch, ach. So. Oh, hier liegt ein Fleisch am Boden. Das war ich. Er hat den Weg markiert mit vergiftetem Fleisch. So gut bin ich zu dir. Dankeschön. Dummer Regato. Mr. Roboto. Oh, ich sag hier, das ist ein anderer Clan von Pigments. Die hier greifen einen wieder an. Sehr geil. Hä? Okay, wo zurück komme ich raus? Da zur Hölle, wo wir sind. Nee. Ja, jetzt muss ich aber auch gleich da sein. Was für eine produktive Folge. Wir sind jetzt quasi die ganze Zeit in der Gegend rumgelaufen. Und sind quasi in der Nähe der Festung gewesen. Gewesen. Hä? Oh, day! Hey! Ich muss mich vor Rückenangriffen schützen. Ich bin fast tot. Ah, ja. Die Schweinebärmänner haben mich angegriffen. Schweinebärpig. Wir sind da. Warte, wir müssen eigentlich... Ach stimmt, wir müssen in die Richtung da hinten. Und wir sind da hinten. Ja, irgendwie. Ah, ich glaub, ich überlasse dir die Wither-Suche und gehe hauptsächlich erstmal wieder unser schönes grünes... Ah, Zombie-Bär-Schweinebärmann! Ah! Er verfolgt mich, Michelle! Ja. So sind sie die Schweinebärmänner. Er ist entkommen. Was? Er ist entkommen, er läuft hier in unserer Welt rum. Ja, ja. Weil die scheitern immer im Wasser. Ja. Ernsthaft? Ja, die fallen immer wieder ins Wasser rein und brauchen eine Ewigkeit. Oh, Mann. Oh, nein! Brauchen wir einen Nether-Stein? Aber mit diesen epischen Bildern hier beenden wir auch dann die Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Er kommt doch gerade raus. Also dann, ciao, ciao!